Let's play human fall flat together mit der echte gaming Indy TV kann ich dich nicht mal nennen weil du hast nämlich den Kanal du hast nämlich alle Videos runtergenommen Ja und? Ja warum überhaupt? Lass mal los alter. Ja warum hast du es gemacht? Sag doch einfach nur. Nö. Weil du dich auf Schule konzentrieren musst. Das ist einfach das Anfangslevel. Wow. Das ist halt wirklich einfach der Anfangslevel. Geil. Falls man es vergessen hat. Ey lass mal auf die Statue jetzt klettern. Kann schon hinten klettern am besten. Komm. Weil ich drück dich hoch. So. Oh ne hier an der Schildkarte kann ich mich doch greifen. Hier kommt man nicht nur hoch. Oh nein. Muss man oben drauf stehen. Ja. Wahrscheinlich schon. Och ne alter ich pack. Der klettert hier die ganze Zeit rein. Ich will nicht zu den Weihnachtsbäumen. Ach scheiß mal auf die Statue. Ich bin jetzt schon wieder stuck. Weil der immer zu den Bäumen hin will. Hallo. Guck dir das mal an. Ich halte mich hier fest mit beiden Händen und der klettert nicht hoch. Tschüss. Nein. Wenn das jetzt wirklich. Wow. Lawine. Aua. Lass mal so nen Buchstabe festhalten. Ja. Ich nehm's K mit. Da zieht man die Credits langsam mal. Ich nehm's E mit. Als ob das jetzt schon das Ende ist. Aha. Da hab ich grad was denn eh. Ja. Aber Erik. Ja. Wahrscheinlich gibt's noch die 2 Level. Weil es ist ja jetzt kein Level. Oder stell mir vor das war jetzt noch eins und es gibt jetzt noch ein Level. Und das ist die Fabrik. Oh ja. Wir nehmen beide das A. Aha. Ich nehm das andere A. Ist das ein A hier? Boah. Alter. Warum gibt's hier. Warum gibt's hier. Warum gibt's hier Credits? Warum haben so viele Leute da mitgearbeitet? Guck dir das mal an. Hä? Wie fliegst du schneller? Scheiße. Ich hänge im Buchstaben. Das ist jetzt nicht mehr. Okay. Nein. Komm häng fest. Ja. Nein. Haha. 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 Ich war grad stuck da drin. Tschüss. 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 Ja. Wer hat schon mal ein Punkt mal auf die Credits. Haha. Warum? Mo Digital. A. Paul Walker. A. 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 Aua. Aua. Kann ich das? A. Ich häng fest. A. Ich häng fest. Ist A. Ich häng fest. A. Aua. Häng fest. Aua. Aua. Nein, halt! Ja! Oh, scheiße. Das klappt nicht. Ich werde mich jetzt nachelfen. Tschüss. Alter! Wie viel wollen da jetzt noch mitgearbeitet haben? Erik hast du da auch mitgearbeitet? Epic Games bestimmt vielleicht auch noch. Zadieren, zadiere ich es. Epic Games macht einfach nur kark Spiele und und nehmen einfach die Credits und nehmen einfach die Rechte für die ganzen anderen Spiele. Welche gibt es da zum Beispiel? Borderlands? Welches noch? Damit haben sie eine Kooperation. Ach so, oh Gott. Ja, okay, Hello Neighbor haben die aber voll lange. Heavy Rain. Detroit become human beyond the soul. Hallo, ich steck fest. Ich komm nicht mehr runter. Wie viel Spielen? Spielen hier noch mit? Alter, der wollte einfach nicht aus dem U rausgehen mit seinen Beinen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt eine halbe Stunde mit dem Credits. Boah nee, Alter. Das ist echt verdammt traurig. Wenn es jetzt noch länger als zwei Minuten gehen die Credits, dann gehe ich einfach raus. Nein. Ich gönne dem nicht die Credits. Harry Potter? Ja. Danke. Curved Digital? Ah. Ja, lass uns mal gegenseitig festhalten. Ah, ich halte mein Bein fest, ey. Ich halte mein Bein fest, ey. Oh. 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 Ey, geh mal weg da. Ich kann nicht. Ich nehme mal das J nicht. Ich nehme mal das J nicht. Nee. Oh man. Ich komme gleich noch einen anderen Buchstabe mit. Nimm da die Ausführungszeichen. Ja, Mann. Das J und das C. Alter, guck mal. Mein Kopf ist einfach im J. Guck mal. Mein Hals. Ja. 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 Ich will ein A mitnehmen. Na. Ah. Ah. Das ist ein Screen. Nein. Ah. Wo? Ich muss ein A. Hier ist ein A. Nein. Da ist noch ein und das ein 3 A. Ja. Nein. Geh. Ah. 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 Thanks. Oh. Ah. 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 ich hätte viel spaß da oben zu vergammeln oder der kommt scheiß drauf ich habe keine bohme auf die blöden nein lass es dass man die ganzen kreis halt angucken wir können über das fazit reden das ist der name das spiel auf der anfangsklappe das stimmt wohin gehst du fällst halt überhaupt nicht doch ich habe angst es geht aber noch es gibt aber noch level doch fabrik und die die konsandoren er will noch doch geht es rausgenommen 1 ist das letzte level und da kommt jetzt noch mal nach ja guck nach gucke ich kann nicht nach ja die muss man sich kaufen es gibt aber keine add-ons die wir keine ahnung ich habe keinen bock term haben wir nicht term und fabrik haben wir nicht gespielt ich bin am anfang ich lass dir jetzt mal kurz auf die statue noch draufklärt und probieren hä was hast du gemacht ich bin auch im menü bei mir steht immer noch multiplayer spiel du kannst einfach spielen drücken es gab aber noch term und fabrik will dir aus will term und fabrik aus auch eric doch die zweite level spielen wir jetzt noch ich habe keinen bock auf eine fabrik wo überschlaut ist will ich dir nicht wahrscheinlich wenn die trophäe die trophäe bekommt man nur wenn man alle level spielt ja ja jetzt das ja trotzdem spiel das ja trotzdem spiel er braucht nur mehr lau äh äh dinge dass er einen monat paus machen kann dann haben wir nicht mehr dann haben wir nicht mehr Parts ich hatte genügend spaß ich bin zu fett nee jetzt nicht mehr ach komm du hässliche stück scheiße nein den Ball nehme ich dir jetzt weg du keck alter komm her nein ja verpiss dich ok wieso weigerst du dich die letzten zwei level zu spielen nein ja ja das ist es hat eine 男s brau oder oder oder